Jetzt zum neuen Album, mir so nah. Das letzte Album war ja Darum leben wir. Was ist neu auf dem neuen Album? Auf dem neuen Album wäre neu, dass ich nicht so viele Balladen drauf habe. Also es sind sehr, sehr gute Balladen drauf, aber eben nicht mehr so viele. Ich habe mich dafür entschieden, gerade während der letzten Live-Tour, dass wir auf jeden Fall gucken müssen, dass wir mehr Abtempo-Sachen haben. Und das haben wir auch gut bedient. Also wir haben von Dubstep-House bis Rock-Pop bis Hip-Hop, es ist alles gut vertreten. Zwei Jahre sind vergangen. Warum zwei Jahre? Ach du meine Güte, wenn es nur ein Jahr wäre. Das eine Album musste ja erstmal richtig breit getreten werden. Wir wurden eingeladen zu Konzerten, zu Auftritten und das hat dann ein gutes Jahr mal gedauert einfach und dann eben nochmal ein Jahr um die Platte zu machen. Es wurde auch wieder viel mitgeschrieben, mitgemacht. Wer war denn alles dabei? Wer war alles dabei? Thomas Rufner war dabei, der war auch schon bei Darum leben wir. Dann Xavier, Adel, Moses und die Crowds, die sind ganz, ganz neu im Spiel. Sind die gut, die Crowds? Die Crowds, die sind sehr gut. Ich habe lange, lange gebettelt und gebeten, dass ich mit den Jungs arbeiten darf. Die haben Peter Fox gemacht, Materia, Miss Platinum und deswegen wollte ich die auch mit drauf haben und sie haben Zeit gehabt. Und zum Glück bin ich sehr dankbar für. Cool. Die Single gebt alles. Was kannst du uns dazu erzählen? Gebt alles. Wird manchmal ein bisschen falsch interpretiert. Habe ich das jetzt? Nein, nein, du hast ja gar nichts interpretiert. Aber oft werde ich eben Sachen gefragt, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Für mich bedeutet gebt alles, dass man in sich hinein sieht, was man denn geben möchte. Und dass man das natürlich dann auch viel einfacher gibt und viel gerne und davon dann auch viel mehr. Und das ist die eigentliche Aussage, die eigentliche Aufforderung, dass man auch geben kann, also dass es schon in Ordnung ist. Und die nächsten Konzerte, wann stehen die an? Die nächsten Konzerte habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ich habe die Tour im Kopf, 21. September bis 5. Oktober. Eine Herbsttour. Wir sind morgen bei Herrn Raab. Wo sind wir denn noch? Wir sind an so vielen Plätzen. Ich muss erstmal meinen Kopf wieder klarkriegen. Aber man wird auf jeden Fall von uns hören. Oder von mir mit meinen Jungs. Du hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Bushido Kulsawaj, Yvonne Katerfeld, Ich und Ich, Ferdinand, Sevina Du, Neo. Zumindest das, was auf der offiziellen Website steht. Ne, das stimmt schon, ja. Und viele Leute. Wer war denn von all denen am schwersten auszuhalten? Oh, das ist ja mal eine ganz andere Frage. Sonst hätte ich immer gefragt, mit wem hat es am meisten Spaß gemacht. Ach, da war niemand schwierig. Vielleicht denken die meisten gleich an Bushido, aber er war super angenehm. Wir haben ja auch gleich nochmal was aufgenommen gehabt. Wir haben ja mehrere Sachen zusammen gemacht und man sieht sich immer wieder mal und freut sich gegenseitig. Also, das muss ich also schon mal klarstellen, dass da alles in Ordnung ist, zwar. Es gab eigentlich niemanden, der schwierig ist. Es sind eigentlich alle ziemlich professionell. Vielen Dank.